Hallo! Und dann läuft die Aufnahme wieder. Wir sind im zweiten Part von Neuen in Ferry unter Danis Platz. Hallo! Hallo! Das ist nicht der Dani. Zweiter Part von Neuen... Alter, fickt euch, tschüss! Weg ist, glaube ich mal. Tschüss, Dani! Ist ja wirklich wieder rausgegangen. Jaja. Und der Dani ist wieder weg. Ähm... Ja. Felix, dann erklär mir jetzt mal, was ich tun muss. Na, wir sind natürlich bei Flo. Wir sind jetzt noch drunter. Die Erkundungstour ist jetzt zu Ende. Warum ist eigentlich die Audiospur gemutet am Ende? Ich hab das jetzt noch nicht mitbekommen. Das, äh... Die ist nicht gemutet, Flo. Achso. Aber irgendwie hab ich... Ich hab mir das vorhin angeguckt nochmal, den Part. Ja, ist dir was komisch vorgekommen? Das verstehe ich gar nicht. Flo, Flo, da hat OBS geruckelt. Achso. Wahrscheinlich. Hat das System wieder irgendwelche Updates gemacht? Wahrscheinlich. Hashtag InsiderLeaks gestanden. So. Was muss ich jetzt machen, Felix? Erklär mal. Tja Mensch, dann kann man da... Ist Dani das ernsthaft komplett rausgegangen? Lass den mal wieder reinholen hier. Was soll das denn? Zieh mal rein. Ach, er ist ja schon hier drin. Ja, das ist das Problem. Äh, einsammeln können. Das wäre mal eine Maßnahme. Und jetzt? Boah, Alter. Du spielst ja jetzt wie Flo. Ist ja im Wahnsinn. Ja, natürlich. Ich hab ja gesagt, die Erkundungstour ist jetzt zu Ende. Das war so witzig, ne? Es gibt nur einen Weg. Wo soll ich langlaufen? Hm. Äh, nach unten, ja. Mein Gott, ey. Ich werd dir doch jetzt nicht jeden Schritt hier erklären. Muss ich mir ausprobieren. Nein, aber du sollst mir sagen, was ich jetzt machen will. Will ich jetzt schon diese 88 Münzen sammeln? Oder kommt das später? Das wirst du dann hier sehen. Kannst ja ausprobieren. Kannst ja zum Spaß mal so viele sammeln. Ja, krieg ich ja noch nicht hin. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass es im Krieg ist. Ich glaube nicht, dass es im Krieg ist. Das sind 30 Part-Level, ey. Ja, lauf halt mal durch. Die Yoshi-Coin solltest du mal einsammeln. Das ist das Wichtigste. Der Rest ergibt sich so nebenbei. Okay. Aber ich kann also diesen... Den Mole kann ich ganz normal so durchlotsen wie vorhin auch. Äh, nein. Doch. Theoretisch schon. Also die Münzen beim Mole sind noch nicht wichtig. Hm, ne. Okay, ich nehm dich beim Wort. Die beim Mole sind nicht wichtig. Andere vielleicht schon. Welche denn? Bleh. So kommen wir später. Also es ist jetzt noch nicht wichtig. Das hab ich nicht gesagt. Äh. Okay. Ich kann ja nicht alles verraten. Das wär ja ein bisschen witzlos, ne. Natürlich. Ist ja fast so witzlos wie bei mir. Ja. So ist es. Und nicht anders wohl. Okay, an den komm ich noch nicht hier ran. Was ist da drin? Hm. 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 Na gut, sammeln wir mal die Yoshi-Coin. Ja, super. Die Yoshi-Coins. Die Yoshi-Coins. Wir kriegen das jetzt gar nicht mit. Ihr müsst doch mal schreiben, äh, ihr müsst doch mal sagen, was Dani da schreibt. Ja, Dani ist jetzt mad, weil wir schon angefangen haben. Mhm. Sammeln wir mal alle Yoshi-Coins. Nein, das ist falsch. Aber hatte wohl besseres zu tun, ja. Wer wissen will, warum diese Stelle hier gemutet ist und stattdessen hier jetzt der Colin Pliss nicht nur noch alleine spricht, muss die letzten Minuten des letzten Parts anschauen. Also des Parts 149. Da wird das ein bisschen erklärt, warum ich der Meinung bin, dass es leider nötig ist. Tut mir leid. Leute. Ich darf den nicht killen. Leist euch mal zusammen. So soll das hinhauen. Komme ich jetzt durch? Ist die Frage. Ja. Nein, fuck. Weil ich da oben verkackt habe. Und es macht Spaß, oder? Yo. Also ich hab Spaß. Ist geil, ne? Sehr schön. Da komm ich durch. Das Leben ist ja gut. Das ist auf jeden Fall ziemlich schön, wenn man eine Chance bekommt. Nein. Irgendwie nein. Doch, das Leben ist schön, wenn man eine Chance bekommt. Einfach nein. Grüße geht raus. Zack. Allahs Leben. So. Willkommen zum 12. SMB Contest. Platz. Rolf. Den hat der guckte Con&Cool88 belegt. Mit Con&Cool88.SMC. Natürlich. Er schreckt nur Spoiler. Oh, Main-Tits, hab wieder die Pflanz. Walljump machen. Achso. Ja, okay. Mach ich halt ein. Was? Hast du grad einen Walljump gemacht? Wow. Was? Hast du grad einen Walljump gemacht? Ich hab nicht hingeguckt. Mach ich nochmal. Ich hab nicht hingeguckt. Ist einfach da. Wo du dich jetzt eigentlich hättest? Oh. Ist ja auch nicht schwierig. Ich sag ja, Walljumps sind total überbewertet. Die sind total einfach. Schwierig auf jeden Fall nicht. Ich geh jetzt aber halt nicht mehr hin. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das machen wir doch einfach das hier im Moment. Wie war eigentlich das Wetter heute bei euch da? Es hat sehr viel geschneit. Es hat den ganzen Tag geregnet. Es hat sehr viel geschneit, echt krass. Ja, bei uns auch im Prinzip. Hier in Schleswig-Holstein, ne? Nur Harpel, Hagel. Du wohnst nicht in Schleswig-Holstein. Schön in Nordfriesland hier, ne? Schön von der Hallig erstmal aufs Land gefahren, ne? Ob der Sprung da geht, weiß ich nicht. Ich wollte von der anderen Seite kommen. Ich wollte mal, wenn es wohl regnet, ne? Dann müssen wir von der Hallig-Fode rein holen. Ich wollte von der anderen Seite kommen. Ja, da von oben. Hä? Das geht? Moment, wie komm ich da? Alles Gute kommt von oben, Conan. Dazu kommen wir auch in einem späteren Level. Jetzt knee dich mal hin, alles Gute kommt von oben. Ja, wow, da will ich ja gar nicht hin. Das ist geil, ne? Ich glaube, das ist nur total unnötig, die Passage. Das hab ich ja gar nicht gerafft. Ich durfte das. Das ist also dieser Sprung. Okay, das wollen wir aber... Ach, ja, mein Mensch, ey. Dann machen wir das nochmal. Peace, ich bin raus, ich hab keinen Bock mehr. Ohne Dani ist alles scheiße. Och, Johann. Dann schreib das Dani, dann kommt er vielleicht. Wenn du nicht kommst... Ohne dich ist alles doof. Dann geht der Jani. Das Jan. Regendorf. Kissendorf. Ohne dich. Regendorf. Lebendorf. Äh. Moment, was? Ich finde, wir sollten damit jetzt echt aufhören. Serious. Serious, doch. Dann... Oder Conan. Was sagst du dazu? Guck mal, jetzt können wir Conan zur Sicht rauskommen. Ne, ich hab... Ja, ich hab Angst, dass das... Was denn? Mach es aus. Conan, zeig uns mal den Mittelfinger, wenn alles... Wenn... Wenn... Wenn wir aufhören sollen. Nee, macht dieses Zeichen, dieses T-Mobile Meme-Zeichen. Mega Doppelpiece, Leute. Das müsst ihr schon selbst wissen. Ach Mensch. Willst du eigentlich wieder zurückkommen bei der Yoshi? Hab ich gerade Doppelpiece gesagt? Ich weiß nicht, was anderes sagen. Das ist genug Anlaut, das reicht gerade eben. Hab ich ja ausprobiert. Oh nein. So. Tja, da warst du wohl... Ach ja, stimmt, da ist genug Anlauf. So, Conan, wie findest du das Level bisher? Das kommt am Ende die Frage. Seufz. Aber ich verliere ja den Speed, wenn ich da oben... Wie mach ich das? Ich glaub, jetzt haben wir alle dumm und willst du raus, oder? Gibt's noch welche? Lösch dich einfach, komm. Seufz. Lächerlich. Ehh, Conan. Net war so weh. Au, au. Ach, das ty. ожg, das ty. Mach das doch nicht euch gerade mehr. Ich glaub, w loose schaffst du. Ich hab hier den letzten Tag viele Hände so viel gelacht wie heute. Ist gut... Jan, ich sag nur der Störfall, das toppt glaube ich nicht. So. Nee, das bringt mich nicht. Ach, das ist ein Stör. Das erste Mal gucken des Störfalls. Alter, ich will raus. Ich kann nicht mehr. Ich habe zu viel gelacht heute. Ja. Wie, wie jetzt wirklich nicht mehr kommt. Das ist echt beleidigt, glaube ich. Bin ich ja schon echt... doof. Du musst ein bisschen mehr Speed haben. Du musst da durchrennen, weil... Ja, so geht's auch. Cool. Ich habe es glaube ich so geschafft, dass ich immer in einem Zug durch. So ohne, dass der da so hängen bleibt an dem Baumstamm. Ja, aber ich bekomme den Speed jetzt sofort wieder, wenn ich auf der Taste bleibe. Ja, ja, dann ist ja gut. Das passt schon. Ja, guck mal. Ach so, geht's auch. Okay. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber du hast mal irgendein Level gespielt oder irgendein Mod... Ja, ja, ich weiß schon. ...dann hast du diese Wolkensprünge so gehasst. Und als du das gerade da hattest, haben wir das eingebaut. Die waren auch blöder als hier. Im Prinzip, ich habe es halt nur damals noch nicht fertig gemacht. Die waren blöder als hier. Die waren nicht ganz so doof wie hier. Also hier ist das ja okay. Okay, dann freu dich. Ach, sind sie beidseitig, ne? Das war da nicht. Das habe ich mir ausgedacht. Oh, Conno, wenn die nicht so doof sind, dann freu dich. Ich habe noch mehr im Angebot, my friend. Ich würde gerne einen lassen. Ja, ich würde auch mal gerne wieder reinhalten. So. Gerne hart reinholzeln und so. Oh nein, ey, Jan, das war wieder ein bisschen... Sehr, so viel. Das war ein bisschen... Ach, Conno, mach mir doch einfach das hier. Du bist ja nicht gut in Form. Ich habe... Diesmal habe ich keinen dummen... Lebenswortwitz gebracht. Ups, ups. Ja, gut, dann gehen wir hier einfach... Ach, nee, das ist ja... Ah, ja, okay. Wie winst du denn? Ja, ist voll fair. Die haben eine minimal andere Palette. Eigentlich eine Verbackte, wenn man ehrlich ist. Oh, ja. Ich muss mal kurz, ne? Jan. Ja. Jan, lies mal den Namen von der Gruppe. Aber jetzt fehlt mir eine, Yoshikon. Wo ist denn die letzte? Der Brunnel liegt. Verstandsicht. Okay. Ja, wenn du jetzt nur an diese Münzen da rechts kommen würdest, ne? Das wäre traumhaft. Ja, aber warum? Proleten stammt. Was wäre, wenn ich an die Münzen käme, wäre ich ja durch das 88er-Ding durch. Also, ist ja... wäre ja Quatsch. Ja, genau. Das ist geil, ne? Das ist einfach nur ein Troll. Das würdest du ja wahrscheinlich schon als Troll sehen. Aber ich verstehe doch nicht, wo die letzte Yoshikon ist. Ähm, warte mal, warum ist eigentlich der Midwaypoint wieder da? Das ist mir zu positiv, Flo. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne... Meine erst klar. Ich lese jetzt... Nee, das lese ich jetzt nicht. Hast du das Level wirklich nicht neu gestartet? Alles gut? Alles richtig und so? Der dürfte doch eigentlich nicht wiederkommen, ne? Ich würde mich gerne auf der anderen Seite positiv gehen. Ja, ja. Ja, da läuft auch was, aber da läuft auch was. Alles klar. Ah ja, okay, ähm... Ach! Ja. Oh, guck mal. Schick, ich hab... Äh, ja. Egal. Schick, ich hab den Midwaypoint leider nicht über Extended Objects gesetzt. Aber wo ist das letzte... wo ist der letzte Exit? Und wie krieg ich das Ding hier aufgehoben? Weißt du, ist das ein Stein? Ist der blöd? Doch, ist kein Stein. Wahrscheinlich zu viele Sprites. Ja, wahrscheinlich der da oben halt. Nee, nee. Das ist, äh... Obwohl... Ach, stimmt. Das könnte sein. Das macht aber nichts. Das ergibt sich eigentlich. Man müsste nachher wieder genug Spriteslots frei haben, wenn man es richtig macht. Du meinst dann, wenn man den wirklich braucht. Ja, ja. Das müsste eigentlich funktionieren. Biop hat es halt auch falsch gespielt. Er hatte das gleiche Problem, aber er hat es wie gesagt auch komplett falsch gespielt. Nee. Gut, egal. Du könntest den halt auch einfach auslösen, aus dem Bild gehen und dann, ne? Ja, aber da komm ich ja nicht ran, da oben. Ja, mit dem Walljump. Das da macht ganz gut. So geil bin ich jetzt auch nicht aufgehoben. Aber wo ist die letzte Yoshi-Coin? Komm ich an die schon ran oder hab ich die jetzt... Da nicht schreibt. Mach doch nicht euch ne Nummer draus. Ich überleg gerade, wo die letzte Yoshi-Coin war. Ich hab mir jetzt richtig imitiert. Ich überleg halt gar, ob ich sie gesehen hab oder ob ich doof bin. Achso, ja doch. Die hast du noch nicht eingesammelt. Ja, aber komm ich an die Schrauben. Dann ist immer noch da. Smiley. Bin ich gar nicht. Ich war gerade auf Klo. Ich geb dir nen Tipp, die ist relativ am Anfang. Ach, scheiße. Da komm ich doch jetzt gar nicht mehr hin. Ja, doch. Wie denn? Ich komm doch hier nicht zurück. Walljump. Wenn du sie nicht vorher eingesammelt hast, deine Schuld. Ich kann dich denn hier in Walljump ansetzen? Das ist, glaub ich, nicht möglich. Das wird nie unlustig irgendwo. Hab ich einmal hinbekommen. Aber das muss man ja gar nicht machen. Das ist ja nicht gefordert. Von hier da rüber nen Walljump? Du musst halt unten anlaufen nehmen und dann so komisch hoch springen. Brauchst du keinen Vollspin? Hast du Mettwurstbrötchen lieber oder Leberwurstbrötchen? Okay. Ich bin hier kein Asiate, frag Felix. Okay. Wieso sollte ich ein Asiate sein? Vielleicht kannst du besser mit asiatischem Akzent sprechen. Du kannst ja auch den Sachsen besser. Ja, voll. So oder was? Ich finde Leberwurst. Das ist echt ganz gut. Ja, Conan, aber... Muss er echt einen Walljump machen? Back to Topic. Nein, muss er nicht. Also nicht da. Da clippt er doch, oder nicht? Er macht damit nichts kaputt. Er hat sich schon versaut. Aber das dürfen wir ihm ja nicht verraten. Doch, klar. Oh, da clippt er. Nee, da clippe ich nicht. Ja, guck mal. Nee, stimmt. Ja, hast recht. Sag, hast du also, ob du da ein Wall... Äh... Clip. Nee, grab. Genau, Wall grab. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Das ist eine blöde Box. Ja, ist toll, ne? Ah, okay. Mit einem Spinjam funktioniert das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, du musst dann mit der anderen Sprungtaste abspringen, um einen Walljump zu machen. Also Spinjam dran und dann... Bin mir da nicht ganz sicher. Wahrscheinlich glaube ich nicht. Ja, ich will das... Erstmal muss ich clippen, um das überhaupt... Ich glaube, Dani ist einfach irre besoffen, deswegen kommt er nicht in die... Ja, das habe ich mir halt auch so gedacht. Felix, dein Geburtstag wann? Ja, Dezember. Ja, das weiß ich ja, aber wann machen wir denn mal? Ja, müssen wir mal... Ich habe ja gesagt, nächste Aufnahme. Also, von mir aus... Wieder in der Woche, nein. Ich habe... Ich habe doch das... Was ist das für ein Name? Ja, Felix. Lies doch mal vor. Nee, nee. Du musst aber bitte auch die Evolution des Namens sehen, die Flohne zuerst geändert hat. Achso, Moment. Nee, das haut nicht hin. Wo ist denn die Yoshikai? Ich wüsste gerade echt nicht, wo ich die verpasst haben soll. Also, ich gehe mich mal kurz umbringen. Ja, mach das. Ah, jetzt komme ich dann nicht mehr hoch. Scheiße, zurück, 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 zurück. Bring dich um und lösch dich. Ah, nee, andersrum. So rum. So, hier ist eine. Wo habe ich denn jetzt eine Yoshikai übersehen? Ach, fuck. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da ran... Wo auch immer da eine ist, aber... Kann sein, dass du die nicht sehen kannst, das ist... Ich war echt... Du müsstest aber eigentlich sehen. Ja, geh mal, bleib mal oben. Bleib mal oben. Und scroll mal nach rechts. Ah, du kannst sie nicht sehen. Da drüben soll die sein, aber da komme ich doch gar nicht hoch. Tja, wie kommt man da nur hin? Ich meine, da ist ein Sprinkwort, aber an das Sprinkwort komme ich ja auch nicht ran. Nee, da kommst du nicht dran. Und den Schachter kann ich auch nicht mehr ran. Ja, der Sprung ist toll, ne? Von der anderen Richtung ist der noch viel toller. Wie von der anderen? Auch nüch. Was ist in der Pfeile, kann ich gar nicht... Ja, der Schachter ist nicht ganz umsonst da, das hättest du dir ja denken können. Ja, erstmal brauche ich ihn ja, um da rüber zu kommen. Naja, ich meine nur, weil du gerade so irritiert warst. Wie ich sagte, von der anderen Richtung. Ja, aber das heißt ja, er darf wirklich nicht in die Shells reinlaufen. Du kannst ja rechtzeitig auf den Screen rennen, dann läuft der da nicht rein. Ja, gut. Das ist doch noch da. Ach guck mal, wenn du dir da nochmal Anlauf nimmst und hochspringst, dann könntest du die Coin sehen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Nee. Aber ich hab doch sowohl von der einen Zeit als auch von der anderen darüber geguckt, da ist doch gar nix gewesen. Doch. Sie ist genau mitte. Alter. Das ist echt großartig, dass man die genau nicht sieht, das glaube ich... Naja, sind doch schon ein paar Blöcke. Aber wie soll ich da hochkommen? Wie kommst du da hoch? Shit. Es ist ein Glitch. Naja, ich komm wieder an das Springboard hier ran. Ich denke halt, vielleicht brauch ich den Chuck dafür irgendwie, aber ich wüsste nicht, wie ich da jetzt... Hast du denn gesehen, was das da oben für eine Tileart ist? Deine Robe halt, oder was? Ja, aber was für eine Robe? Bist du zu dumm, da hochzuspringen? Das ist genauso wie im Finis Alesi, einfach nur so ein hoher Sprung, damit es nervt, aber der ist gar nicht wirklich hoch. Gerade hab ich's doch ständig geschafft. Ja, fünf Blöcke, genau. Gegen ja auch sechs, theoretisch. Gerade hab ich's doch ständig geschafft. Alter. Ach, Dani, du bist doch ein Hurenschmock. Achso, die ist nach... Oh, 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 ha. Ja. Bravo. Nach unten gedreht. Da kommst du, äh... Nur, eigentlich nur auf zwei Arten hin. Also komm ich von... Ja, von der, von der, äh, kommt da von der Edge bis an die Memel hin. Kann ja auch nicht sein. Ich würd nur sagen, es hat was mit einem Reittier zu tun. Ah. Ein Reittier? Ja, schon weißt. Ja, natürlich. Was sollte ich denn sonst meinen, Florian. Äh, Flo... Flo-Ritin. Flo-Flo... Äh, äh... Jetzt, äh, Jan, jetzt, äh, jetzt reiß dich mal... Jetzt reiß dich mal am Flo-Riemen. Uh, Hashtag... Leaks. Wow, derselbe Witz nochmal. Ah, den hab ich mal mir schon mal gebracht. Na, shit. Felix, magst du dich mal ein, äh, ein Fiss-Moll-Antrin? Mensch. Ja, warte, kann ich... Ah, ne, mein, mein, äh, klevis ist auf der anderen Seite des Raumes, tut mir leid. Äh, Leute, was halt, was haltet ihr eigentlich von Darmspiegelungen? Oh, ich raff das gerade nicht. Ich hab' gehört, die sind gut, um Polypen vorzubeugen und beugen können. Ach, Mensch. Also, ich finde, der Westen ist eine sehr schöne Himmelsrichtung. Ich dachte, wie ist das? Wie dumm war das denn jetzt? Nope. Was denn? Nope. Aber wie komm ich jetzt da ran, Felix? Jetzt sag mir mal, wie ich da rankomme. Er schwitzt halt aufs Muschi. Nein, du musst, äh, ja, erst mal da durchkommen. Achso, ja. Wie ich an die Yoshi-Coin rankommen soll, wollte ich wissen. Genau, oh, Jan hat dir gerade einen guten Tipp gegeben. Das hätte ich dir gar nicht verraten, da wäre ich jetzt fies gewesen. Ich hab's aber nicht gehört. Ja, wenn er dich zugehört, ist Pech. Ja, das ist natürlich doof. Na, sag doch. Ich kann dir einen Tipp geben, aber nur einen indirekten. Ja, ich bin mal bei dir. Ich wiederhole ihn noch einmal, weil ich schon nett bin. Jan und ich können dann ja im Akkord sprechen, wenn das gleich passiert ist. Ich fang an und du im Kalon dann bitte. Ja, genau. Also. Es hat mit einem gewissen... Achso, nein, ich dachte eigentlich, dass wir sagen, wenn es verkackt ist. Achso. Und dann hast du eigentlich eine Schwester? Heißt sie Janine? Nein. Die er eben nicht verstanden hat. Das war so eine Moderatorin oder sowas, ne? Ne, das war das nicht so eine... Janine Kunze ist doch... An der Sängerin, die hat die Tochter bei Hausmeister Klausel gespielt. Ja, so eine Schauspielerin. Was ist was? Was hast du gerade gesagt? Janine Kunze. Bei Hausmeister Klausel. Tom Gerd ist auch so großartig. Oder muss ich das jetzt auch noch so bescheuert betonen? Janine Kunze. Nein, das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ich finde Janine ist ein schöner Lachen. Ja, warum meine ich nicht? Generellen Namen mit J, ne? Eben. Janine, Janina, Jule, Jennifer, Jacqueline. Ich komme gar nicht. Also, Jacqueline fand ich jetzt nicht mehr... Warum komme ich jetzt nicht mehr rüber? Warum komme ich jetzt nicht mehr rüber? Warte, mir ist jetzt alles mir eingefallen mit J. Jo-Johanna zum Beispiel. Oder... Warum komme ich denn jetzt nicht mehr rüber? Joline, Jolina. Jol-Joline finde ich auch cool. Weil Jolina ist schon wieder assig. Finde ich. Oh, oh, oh. Ja, gut. Das kannst du finden, wie du willst. Aber Chantal ist ein schöner Lachen. Ja, ich heiße mit dem zweiten Lachen Jolin. Das ist Chantal. Jetzt glaube ich da nicht mehr drüber. Oh, meine Fresse. Ich heiße mit dem zweiten Namen Jopp. Echt cool. Du hast das nicht gerade gemacht die ganze Zeit, oder nicht? Alter. Den sag ich aber nicht, der ist zu dumm. Sorry. Steh nicht mal auf welches Wort du da anspielst. Sag das lieber nicht. Regelt. Was? Ja, der regelt sich doch was. Da waren wir gerade bei Ja im Namen mit. Ne? So. Janine. Janina. Jan. Nein, Jan. Einfach nein. Lass dich einfach einmal bleiben. Ich muss dir einfach einmal bleiben. Ich muss dir einfach... Oh, 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 oh. Da muss ich wirklich den Connel machen. Äh, ich komme nicht mehr drüber. Huch. Connel. Ich komme nicht mehr drüber. Egal. Von den größten Lacher hat heute Connel schon gesorgt, dass er mit seiner Cap das Paket abgegeben hat. Oh ja, das ist aber nicht auf der Aufnahme. Sorry. Mach echt aus. Ich kann nicht mehr. Ach ja. Ist da jetzt eigentlich wirklich wieder weg oder was? Ja, wenn es da... Connel, wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, du brauchst da keinen Anlauf. Das funktioniert aber besser. Ich muss einfach... Stell dich einfach davor und wenn er im richtigen Moment hoch springt, dann gehst du ganz in den Schwand drüber und spielst ein bisschen mit den Physics rum. Also ein bisschen auf die Sprungtaste drücken, dann wieder loslassen. Das ist total einfach. Sag ich ja. Lell. So, jetzt erklär. Du hast es schon, Jan. Lell. Du hast es schon lange verpackt. Ja, aber wo? Warum? Jetzt gerade eben. Du hast eine Münze eingesammelt. Das hast du vorhin selber von gemerkt. Ach, fuck, da ist eine Münze da los. Oh, die Münze davon habe ich dir übrigens nicht verraten die ganze Zeit, aber ich bin ja froh, dass du es noch... Das wollte ich vorhin noch überlegen, ob da nicht eine Münze in der Luft war, aber... Sag mal, finde ich, hast du da eigentlich die Screen-Scrolling-Pipes etwa eingebaut? Dann habe ich es komplett vergessen. Das ist Vanilla-Made, Jan. Das ist dieser tolle Block, wo du nach unten drücken musst, dann kommt so ein Geräusch und du fällst nach unten. Ach so, okay. Aber von hier aus habe ich die Münze gar nicht eingesammelt. Voll Vanilla vor allem mit Custom-Block. Hä? Bin ich jetzt verhöhnt? Da ist noch die... Für die Screen-Scrolling-Pipes musst du, glaube ich, einen Patch installieren. Darf ich die Münze hier nicht einzahlen, oder was? Ja, ich dachte nämlich, nämlich... Ja, natürlich, da kannst du dich einsammeln, Conne. Wieso darfst du mich einsammeln? Tja, sei froh, dass wir das jetzt haben. Was hat die denn mit dem Link da oben zu tun? Du bist so dumm, einfach nur. Ich muss halt einen neuen Part machen. Ich möchte den Part-Rekord brechen. Boah, Alter. Schau mich aber, glaube ich, nicht. Ja, bis Kina ist die Münze im Muster noch, also... Immer diese Rülpsel. Okay, der war schlecht. Das hat doch auch keinen Sinn ergeben. Ne. Jetzt habe ich noch viele Wochen Zeit, bis ich das hochladen muss. Ach, was? Dann kann ich viel bearbeiten. Ach, Conne. Conne, manche Sachen, die so unauffällig sind, das muss gar nicht sein. Ich bearbeite ja auch Dinge, die sie bearbeiten lassen müssen. Ja, aber dann machst du es dann nur auffälliger mit, wenn du es bearbeitest. Nö, wir machen dann einfach viel. Stellen die Leute Fragen. Die alte Nerv-Wild-Variante. Vorspül? Ja, Vorspülmusik. Ich habe einen kurzen Takt von der Symphony of Evilness angespielt, bitte. Von der Stelle würde ich übrigens gerne Vorspülmusik haben. Aber wenn du es eh rausschneidest, dann kann ich ja eigentlich auch offen reden. Ne. Nein, Jan. Vielleicht schneide ich auch anders raus, als du denkst, dass ich es rausschneide. Vielleicht tue ich auch nur etwas, dass ich ankündige und tue es dann doch nicht. Adi ist wahrscheinlich so blau, dass er sich hier nicht blicken lassen will, Mann. Vielleicht sage ich auch nur, dass ich etwas mache, aber wenn ich sage, dass ich etwas mache, heißt es nicht, dass ich es mache. Was? Verstehst du? Hm? Festtest du? Ich weiß schon, worauf du. Nein, spielst du, aber nein. Schade. Nein, kommen. Ich wollte mal die Aufnahme beenden. Ich hätte dich für den Takt. Ich auch. Mach mal die Parts nicht so lang. Alter, 25 Minuten. In Ferry. Meme. Ich wollte um L6 sein, also mach mal nicht so lang. Ja, wir hören ja auch gleich auf. Keine Part nicht. Ja, dann machst du gleich 21 Minuten Part, wenn du jetzt aufhörst. Ne, Jan wird auch gleich gehen. Ja. Ich bin krank. Ich bin krank. Achso, dann kann man nach 10 Minuten auch einen Part beenden und dann nächstes Mal weiter aufnehmen und das an den Part ranhängen. Ach nein, Videobearbeitung ist nicht so dein Ding, vorne. Das ist nicht mal Bearbeitung. Das mache ich mit dem MP4-Guigai, wie auch immer das Ding heißt. Da sind ja sowieso schon alle total gefordert und da habe ich nach zwei Sekunden eine MP4, die beide drin hat, wo die eine drin vorher war. Ich finde mich aber jetzt ein bisschen ernüchternd, ne? Meine Aufnahmen gingen bis 4, 5 Uhr morgens. Und hier. Ja, wenn Jan weg ist, muss ich nichts dafür, wenn der Kuss ist. Das ist schon egal. Wenn Jan weg ist, dann ist Dani da. So. Wobei, eigentlich ist er ja in der Störtred in der Aufnahme. Ich brauche ja nur Fenix, ich brauche ja gar nicht in der Aufnahme. Hast du drei Jump Cuts gesetzt, die man gar nicht so merken kann? Die kleinen. Weil du so gut im Kleinen bist. Ich frage mich immer noch, warum der Sound gemutet war im Part davor. Ich verstehe es einfach nicht. Tja. Wie das nochmal angehört gerade? Was weiß ich, wenn es dir gerade angehört, wo es noch gar nicht hochgeladen ist? Aber das ist wirklich befremdlich, finde ich. Tja. Du wirst noch ganz andere Dinge befremdlich finden. Oh, Anna können wir nicht. Sollte dein Pin ist in der Kamera? Oh nein. Viel schlimmer. Viel schlimmere Dinge sind geschehen. Wir hätten jetzt geschrieben, war das etwa der Dani? Ist der noch schlimmer? Nee, ich glaube nicht. Ach, Mann! Okay, Mann, das wird es normal. Das war eine dumme Figur. Hallo. Ja. Kontenance. Okay. Stimmt so. Oh, wow. Das funktioniert sogar gerade gut aus der Position. Ja, Flore, du musst leider gehen. Wenn ihr meint, macht mich fertig. Wenn ihr meint. Aber lasst andere Leute da raus. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Ja, Flore, du musst leider gehen, weil sonst kommt Dani nicht wieder. Na endlich. Bestimmt. Aber warum darf ich die nicht eins haben? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ist er echt weg? Ich glaube, er ist weg. Nee, ist er nicht. Schade. Fuck! Ah, jetzt ist er weg. Gerade hatte ich sie auch. Tschüss. Ich bin so blöd. Ja, den Flo braucht doch auch keiner. Der macht doch die ganzen dumme Wortwitze. Ja, der trollt hier echt nur. Der zieht uns total runter, weißt du? Ja. Wir sind eigentlich total vernünftig. Die Qualität war so hoch, ne? Und jetzt... Und durch Flo fangen wir hier erstmal an, unsere bösen Seiten vor uns zu entdecken. Ist einfach vorbei. Es ist einfach nur eine Qualität von Ordnung. Es ist nicht tragbar. Was ist denn denn eigentlich? Der gehört eigentlich gar nicht hierhin. Das ist unser Hack, unsere Regeln. Wir wollen keine anderen, keine Außenseiter hier drin haben. So, jetzt Felix. Gib Input. Ich möchte erstmal, dass Flo und Dani zurückkommen, sonst fühle ich mich hier nicht wohl, weißt du? Gib Input. Aber die hören nicht gerade. Du bist der Einzige, der gerade Input geben kann, weil das dein Rechner ist. Ja. Input, wie das Level geht. Du musst ein bisschen rätseln. Ich werde dir nicht alles verraten. Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die du durch diese... Du bist ja schon wieder da. Boah, geh doch weg. Mach es aus. Also. Conan. Ich würde gerade keine Münzen einsammeln. Umgedrehte, umgedrehte Rope. Wie reagiert das denn so in der Regel? Wenn ich dagegen stoße, dann ist das wie... Bitte mit Map-16-Nummer. Nein, Spaß. Weiß ich selber nicht. 10, 15. Oh. Glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, das ist ein bisschen weiter runter. Ich komme jedenfalls nicht einfach. 100 B oder so, ne? Ist das nicht 100 B? Das ist auf jeden Fall in der dritten Reihe. Ich verstehe nicht, was die Bütze damit zu tun haben will. Es ist 102 D. Fail. Möge er weiterreden. Ja, Conan. Also. Conan, du hattest gerade so ein Gesichtsausdruck wie Emero. Das fand ich ein bisschen gruselig. Conan ist gleich Emero. Mach der Trieb aus. Du hast schon eine Maske auf, Conan. Du bist doch fegst. Ja, Conan, das ist wie ein Stein. Wie kommst du durch einen Stein durch? Es gibt fünf Arten von Yoshis. Es gibt das grüne Yoshi, es gibt das gelbe Yoshi. Ich habe kein einziges Yoshi. Wie viele Arten von Yoshis kennst du? Vier? Nein. Hast du leider eins vergessen, nämlich das unsichtbare Yoshi. Das unsichtbare ist aber auch ein grünes oder ein gelbes oder ein blaues oder ein rotes. Nein, es ist nicht. Aber ich habe ja hier überhaupt kein einziges Yoshi, also. Kannst du beweisen, dass das unsichtbare Yoshi ein grünes oder ein gelbes oder ein rotes ist? Los, beweise, es ist genau wie Gott. Man kann auch nicht beweisen. Man kann die RAM-Adressen auslesen. Das ist dann nur auf einer Seite. Schreib es doch mal in die Kommentare. Das ist ein unglaublich toller Vergleich, ja. Ich ahne. Man kann bei beiden nicht das Gegenteil beweisen. Aber eigentlich gibt es ja sogar sieben Arten Yoshis, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ist doch jetzt wurscht. Also was muss ich tun, Felix? Nee, ist Yoshi nicht wurscht. Ich habe verstanden, dass es gewandt ist. Du willst etwa Yoshi zu Wurst verarbeiten, oder was? Man kann ihn zu einer Beere verarbeiten, immerhin. Hey, Peter lässt grüße. Ja, Mensch, hol dir halt ein unsichtbares Yoshi-Kerl. Der ist kein... Oh, dann... Du sollst dir auch eins holen und nicht sagen, oh, ihr wisst halt. Ich würde erst mal den Part beenden, Conan. Oh, piss dich doch, Conan. Ich sag dir erst mal den Part beenden. 32 Minuten reicht. Wir möchten 10 Parts haben. 32 Minuten läppern sich auf jeden Fall. Richtig läppisch ist das, komm. Conan. So, tschüss, das war's. Heute ist X-Bad, tschüss. Wut? Nee, Moment, ist wie anders. Egal. Korne, neue Aufnahme. Dann sag ich's dir. Okay. Felix, ey. Total dumm eigentlich, ne? Ja. Dann aber auch sofort am Anfang der neuen Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Dumm, Leute. Tschüss. Ciao, Kakao. Warum geht der? Liebe. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme. Liebe. Danke fürs Zugucken. Und tschüss. Was hab ich denn hier jetzt wieder gehört? Ciao, Kakao. Ah.